Auch wenn der Schnee in den fränkischen Niederungen schon wieder wegtaut, wer die Eiszeit genießen will in den anstehenden Faschingsferien, der kommt in Oberfranken voll auf seine Kosten. Unser Außenreporter Markus Klingel ist heute am Ochsenkopf unterwegs, allerdings nicht zum Skifahren. Markus, haben die Nicht-Skifahrer, so wie ich, da auch ihren Spaß?